So, aber mal. Ähm, warte, warte, Herr Mann, stopp. Zack. Sind wir wieder hübsch. Sind wir wieder hübsch und frisch. Hat jemand gewüftet. Da drüben bei uns auf dem Schloss. Oh, Steine voll. Da guckt er schon. Wir Teams sind es noch. Und wir sind dabei. Pass auf, dass die nicht von da drüben treffen. Mich? Ja, geradeaus. Da haben wir. Ach, da. Schießt du? Auf ein Steinchen. Auf ein Steinchen? Okay. Ja, so ein runder Steinchen. Jetzt ist er besser. Ja. Die... Nee, nee, der ist weiter runtergegangen. Aber das wird hier eigentlich nichts. Ach, die sind... Doch, doch, die sind dahinter. Ja. Wollt ihr nach neben uns werden, vielleicht? Die müssen da nach unten jetzt langsam mal reinkommen. Ja, gleich müssen. Die sind da hinter dem Berg, oh, ja. Ja, wir müssen vor. Ja, wir müssen vor. Ja, oder lieber, oder... Ja, ja, ich komme gleich. euch... Die Runde machen wir noch zu Ende. Mhm. Ich hab mal wieder meine Bautaste verdreht. Nee, klar. Aber das sind bloß noch zwei, oder? Hier komm' was geflogen. Ja, die kommen geflogen. Ja, ja, ja. Ja, der turtet auch. Turtet. Häuschen bauen. Markierungswaffe ist jemand dabei? Ne, leider nicht. Aber es sind auch nur noch drei. Ich sehe nur leider nichts. Warum? Das sind die letzten beiden, oder? Ja, genau. Ach, die haben die Teilwände gesetzt, oder? Ja, die haben richtig die Teilwände. Jetzt müssen wir eigentlich dran und verobachten. Ja, schöner Ball. Was macht ihr denn schon wieder? Du seid doch crazy. Ich schieße auf die Wände. Ja, ist kaputt. Da sind sie dran. Die sind schon lustig. Genau, die schießen wir. Der Kunde muss weg. Einer liegt, einer liegt. Und ich bin runtergefahren, genau. Ja. Ja, voll. Oh, und der Mann fängt dann zu heulen. Wieso? Oh, ja, alles. Ich hab mich gefragt. Oh, das war jetzt auch Anstrengung für die Augen. Ach. Nicht schlecht. Na, war der Kuh. Na, war der Kuh.